Wie bekommt man unrechtmäßige Errungenschaft? Indem man zwei verdammte Scheißstunden in diesem Scheißding da drin steht. Und dann habe ich mir einen Drop mit Glück angezogen und drei Runden später hatte ich das Scheißding. Was sagt man dazu? Leute, stellt euch da nicht zwei Stunden rein, Mann. Nehmt einfach irgendeinen Scheiß mit Glück und zieht das Scheißding an, bevor ihr da reingeht. Sonst steht ihr da zu über zwei Stunden wie ich. Ohne Scheiß. Ich habe fünf Leute gesehen, die das Ding da rausgezogen haben. Fünf. Mann. Mann, verpiss dich. Fünf Leute haben das Ding von mir bekommen. Fünf. Als Tank macht man ja wieder ganz toll Damage. So wie immer halt. Wahnsinn. Ups, falsch. Wahnsinn. Ich kann nur empfehlen, ohne Scheiß, zieht euch irgendwas mit Glück an. Irgendwas, egal was. Irgendwas. Irgendwas. Sonst steht ihr da zehn Jahre. Over and out. Bis wohl. Das hat fünf Jahre.